Ist Andy Kaufmann verrückt? Nein, ich spiele nur den Verrückten. Dann werde ich es wieder tun. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Ich bin ein schlechter Mensch. Du bist ein komplizierter Mensch. Du kennst nicht mein wahres Ich. Es gibt kein wahres Du. Oh ja, hatte ich vergessen. Mondal, Lord of the game of life. Yeah, yeah, yeah. Andy Kaufmann in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Now Andy, did you hear about this worm? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you gooping on elders too? Regisseur Milos Formen, Oscar-Preisträger der Filme Einer flog über das Kuckucksnest und Amadeus. Sie sind wahnsinnig, aber möglicherweise auch brillant. Erzählt uns die Geschichte eines Mannes, seines Mythos, seiner Missverständnisse. Dann tun Sie also bloß so, als wären Sie ein Arschloch. Das kann ich gut. Jim Carrey haucht der Legende Neues Leben ein. Ich lade das ganze Publikum heute Abend zu Mädchen Keksen ein. Kommt alle mit!